Hallo meine Lieben, heute gibt es wieder ein neues Kreuzfahrt-Erfahrungsbericht-Video von uns und vor allem auch insbesondere für Eltern, weil aus eigener Erfahrung haben wir damals beim Antritt unserer allerersten Kreuzfahrt selber sehr viel recherchiert und ja, ich habe in verschiedenen Gruppen meine Fragen gestellt, aber ich habe gedacht, jetzt wo wir unsere eigenen Erfahrungen haben, gibt es halt von Video zu Video, von Hafen zu Hafen unsere eigenen Erfahrungen als Eltern, für Eltern, aber auch für andere Kreuzfahrt begeisterte, denn wir erzählen auch was über die Landausflüge der jeweiligen Häfen, die wir besucht haben und an meiner Seite ist natürlich wieder mein Mann, der Christian. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen hier aus Köln. Tagesschau. Richtig. Ja, wir wünschen euch an dieser Stelle ganz, ganz viel Spaß beim Video und falls ihr mehr solcher Videos sehen möchtet, dann nicht vergessen, das Video kostenlos zu abonnieren und auch vor allem die Glocke einzuschalten, dann gibt es auch eine Nachricht, wenn es ein neues Video von uns gibt. Ja, wir haben halt immer mehr Wissen angesammelt im Laufe unserer 14-tägigen Adria trifft östliches Mittelmeerkreuzfahrt und wir nehmen euch jetzt mal mit und zwar haben wir erstmal einen Seetag, weil von Malta ging es erstmal einen Tag auf See. So. Ja, der nächste Stopp auf unserer Kreuzfahrt, nachdem wir Malta verlassen haben, ist Piraeus. Das ist halt der vorgelagerte Hafen von Athen. Genau und anlässlich dazu gibt es auch jetzt unsere Bordkarten von der ersten Reise, die habe ich nämlich rausgekramt. So sieht das aus, ihr Lieben. Das sind unsere alten Bordkarten mit den jeweiligen Lanyards und auch der Noah hatte eine eigene Karte und dann wird man immer registriert mit seinem Foto. So. Ja, wir erzählen euch heute etwas über unsere Routine mit Kleinkind an Bord eines Kreuzfahrtschips. So. Die dann so morgens aussah, dass Mama endlich mal ausschlafen konnte. Ja. Und Papa ist dann mit Noah schon früh aufgestanden und hat sich auf den Balkon gesetzt. Genau. Und ganz genüsslich den ersten Espresso getrunken. Ganz genau. Da sitzen die beiden auf dem Balkon morgens um, weiß nicht, um sechs oder so. Ja, dann ging es weiter. Wir haben auch gerne nicht nur im Ankelmannsplatz morgens gefrühstückt, sondern auch mal gerne im Atlantik-Restaurant, weil da gab es auch Bedienung am Tisch und das war ganz schön. Und dann sind wir noch ein bisschen an Bord rumgelaufen. Wir zeigen euch jetzt gerade hier das Surf & Turf Restaurant. Da sind wir durchgelaufen. Das haben wir nicht in Anspruch genommen. Das ist ein Bezahlrestaurant, unter anderem mit dem Ritzschatz und auch dem Ritzschatz, das Surf & Turf und noch eins, das ist Hanami, genau die Sushi Bar. Hier seht ihr zum Beispiel auch eine Verkostung, eine Steakverkostung oder wie man gewisse Steaks anbrät und so weiter, Wengi und so weiter. Ja, hier ist auch meine Ansicht runter von der Rezeption an Bord. Die verschiedenen Decks sieht man dort. Das war, glaube ich, der Bereich der Rezeption, den ihr ganz unten gesehen habt, wo der Flügel stand. Ja, genau. Und weil Seetag war, war natürlich auch die Einkaufsmeine, der neue Wall eröffnet. Das ist die Bar auf Deck 4. Das ist auch hinten ein Außenbereich, wo die Leute sich echt sehr gechillt hinsetzen, teilweise Bücher gelesen haben. Das ist insofern ganz aufregend, weil man eigentlich direkt unter der Schiffsschraube sitzt und das Kielwasser so sieht und abends sich die Leute dann auch da teilweise versammelt haben, um die Sonnenuntergänge zu sehen oder so. Und das ist, glaube ich, nur ein kleiner Geheimtipp. Also es war auf keinen Fall überlaufen oder sowas. Ja, und hier seht ihr auch unsere morgendliche Routine. Erstmal waren wir im Atlantik oder am Antelmannsplatz frühstücken. Danach gab es einen wunderschönen Kaffee an der Außenalster war. Das war richtig so unser Ritual morgens. Und nach dem Frühstück sind wir dahin gespaziert, haben uns in die Sonne gesetzt und haben dann noch ganz genüssig unseren Kaffee getrunken, mit dem mit meinem Schniffkaffee, Cappuccino. Das war irgendwie cool. Und dann sind wir so in den Tag gestartet. Einer von uns beiden ist immer ins Gym gegangen. Also wir sind im Wechsel gegangen und der eine ist immer beim Kleinen geblieben, weil wir ihn noch nicht, wie gesagt, im Kids Club abgeben konnten, weil man ihn erst mit drei Jahren dort abgeben kann. Und ja, da seht ihr auch mein Mann, da ist im Gym. Ja, das Gym ist halt echt sehr gut ausgestattet. Es gibt halt einige Kardiogeräte, sei es jetzt irgendwelche Fahrräder oder Laufbänder oder auch Stepper und verschiedene Gerätschaften. Auch einen Freihantelbereich, in dem man trainieren kann. Auch einen kleinen Kursraum, in dem diverse Kurse stattfinden. Und man hat natürlich eben schön eine Verglasung drumherum und einen Blick einfach aufs Meer. Und das ist schon eine sehr angenehme Art zu trainieren. Wasser, Weisblick, Horizont, super. Da oben sieht man ja auch den Golfplatz, habe ich mal eingeblendet. Es gibt auch einen Jogging Parcours, den zeige ich Ihnen bei euch jetzt an dieser Stelle auch. Da macht es auf jeden Fall Sinn, morgens den Jogging Parcours abzugehen, weil sonst sind da zu viele Leute. Ja, und hier sind wir wieder im Kids Club. Hier gibt es nochmal andere Bilder als vom letzten Mal. Ich habe da jede Menge Bilder gemacht auf der Kreuzfahrt. Und es gibt auch noch auf der Meitschiff 1 und auf der Meitschiff 2 einen Kinderpool im Kids Club. Und hier seht ihr nochmal den Außenbereich. Super ausgespart. Also da passiert nichts, da fällt kein Kind drüber oder sowas. Denn das war nämlich meine Sorge damals. Als wir die Reise gebucht haben, da habe ich mich oft gefragt, so als Mama. Ja, wie ist das denn, wenn das Kind hier plötzlich mal irgendwie hochklettern zu müssen, dann fällt es irgendwie über Bord oder sowas. Dem ist nicht so. Also der Kids Club ist super gut ausgestattet. Und wie ihr gerade gesehen habt, gibt es da auch nochmal so Außenverglasungen. Also da muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Und die kleinen Kinder können da auch vor allem richtig cool rumfitzen, denn die haben einen Fuhrpack an Bobbycars ohne Ende. Und der kleine Mann hat da richtig gerne gespielt, wie man jetzt auch sehen kann. Und jeden Tag gab es da irgendwie Attraktionen. Und ja, also wirklich, der Kids Club ist wirklich sensationell gewesen. Wir waren total begeistert. Die haben so viel tolles Spielzeug auch. Und super Personal. Das muss man dazu auch sagen. Ja, absolut. Richtig. Wirklich gut. Mehrsprachiges Personal. Natürlich ist ja auch ausländisches Publikum und die Kinder, die sind da wirklich top betreut. Und die hauen sich da richtig ins Zeug. Ja. Hier sehen wir nochmal den Kinderpool. Ich glaube, nur an den Landtagen hat man den Pool, den Kinderpool eröffnet. Sonst war der geschlossen. Wie man sehen kann, hat der nur eine Tiefe von 33 Zentimeter. Und der darf betreten werden nur mit den Eltern gemeinsam. Während der Papa dort war und diese Bilder gemacht hat, da war die Mama natürlich im Fitnessstudio. Und so haben beide halt ihre Entspannung. Ja, das ist schön. Das ist ja so rumgerast mit dem Bobbycar. Das war jetzt eine Malaktion. Das war auch total cool. Ja. Mit Fingerfarbe. Das war verdammt richtig schön. Und Patschen. Wir haben auch mit vielen anderen Eltern gesprochen. Die sagten auch, wir brauchen gar keine Souvenirs kaufen für die Verwandten, für Oma und Opa. Weil es gibt ja genug Souvenirs, die man mitbringen kann, weil wir so viele Bilder malen und irgendwelche Sachen basteln. Und die laminieren auch die Bilder dort. Und das war das Coole. Die waren sofort laminiert und wir konnten die mitnehmen, einpacken, in den Koffer legen und heile nach Hause gebracht. Der kleine Mann hat seine Zeit gehabt. Im Kids Club sind wir meistens danach zum Mittagessen gegangen und anschließend gab es dann meistens dieses Kuchenbuffet. Da haben wir auch natürlich auch gerne mal ein bisschen Kuchen gegessen. Ausgleich im Sport hatten wir ja genug, ne? Ja. Und haben danach den Tag so an Bord verbracht mit Planschen und mit bisschen Sonnenbaden und rumlaufen. Und ich habe schon mit meiner Freundin gesimst über WhatsApp, über dein Handy die ganze Zeit, weil ich hatte keinen WLAN. Das ist das einzige Manko, ihr Lieben wirklich. Ich fand die Kreuzfahrt so Bombe. Das einzige Manko ist wirklich, dass man kein WLAN hat. Und wenn man WLAN hat, zahlt man dafür 7 Millionen Euro gefühlt. Und so habe ich halt, weil du irgendwie so ein Europa-Pass oder irgendwas hattest, hast du irgendwas gebucht oder irgendwas hast du dir gebucht. Ja. Und ich habe das Ding echt immer total auf den Kopf gehauen. Und das nicht anders konnte, als mit meiner lieben Freundin Nicole zu Simpson. Und das hat mir echt gefehlt. Wenn ich ja mal so zwischendurch schlecht drauf war, dann lag das immer daran, dass ich ihr nie schreiben konnte. Unfassbar, muss man sich mal vor Augen führen. Schlecht drauf, weil es kein WLAN gibt. Ja, das ist wirklich so. Das hättest du uns mal vor 20 Jahren erzählen sollen. Hätte ich da nur zu der Telefonzelle. Hätte ich ja gar nicht Kreuzfahrt gemacht. Und nach einer Woche gibt es immer eine Kinderdisco zur Verabschiedung der Eltern mit einer Aufführung auch für die Eltern. Und das ist so süß. Und der Noah, der ist da so abgegangen. Echt Leute, ich zeige euch jetzt mal hier die Bilder. Und das ist echt so mega, mega süß. Ich muss eine andere Musik drunter packen unter dieser Sequenz, weil sonst schimpft YouTube mit mir. Ja, also der Noah hatte da mächtig Spaß, auch mit den anderen größeren Kindern. Und die Kinder haben ihn auch total geliebt und immer abgeschakert mit den Händen. Und weiß noch, wie der da abgegangen ist. Voll, der ist da im Kreis immer gerannt und so. Und die haben da so ein Spielchen gespielt und alle mussten stillstehen, wenn die Musik irgendwie aufhörte zu spielen. Genau. Und Noah hat es natürlich. Klar, der war ja der kleinste dort. War ja erst zwei. Der hat das einfach immer die ganze Zeit durchgetanzt. Und dann gab es halt diese ganzen Lichter, die da unten auf dem Boden immer so erschienen. Und dann ist er den Lichtern gefolgt und überall versucht hat er wieder drauf zu springen und sowas. Also der ist da echt abgegangen wie ein Fegewind. Das war so herzerwärmend. Da stehen sie echt alle im Kreis. Und dann Captain Sharky in der Mitte. Und Noah, vollkommen unbeeindruckt, hat da richtig einen abgesteppt. Also geborener Entertainer, würde ich mal sagen. Ne, nicht. Fantastisch. Ja, und Captain Sharky war auf jeden Fall richtig, richtig cool. Wir konnten alle dieses Lied mitsingen, aber da genieße ich die Post auch. Da hat es richtig Bock gehabt auch mit zu singen, aber ich konnte das Lied nicht. Ja, und ihr seht ja auch, am Ende eines Abends oder nach dem Sonnenbaden oder was auch immer, sind wir dann immer gerne auch wieder an die Außenalsterbar gegangen, um dort den Sonnenuntergang zu sehen. Haben dort auch unseren Kaffee getrunken und haben uns dort auch nochmal die Auslaufhymne angeschaut. Das war immer ganz toll. Ja. Und da sehen wir auch die beiden Männer schön mit Sonnenbrille. Noah noch mit dem Nuki, hat er jetzt nicht mehr. Ja. Und dann hatten wir unter der Tür eine Nachricht bekommen. Einen Riefschlag. Und zwar mit unserem Ausflug für den nächsten Tag. Weil wir haben Piraeus gebucht und zwar eine Panoramafahrt. Und das kommt jetzt. Und jetzt nehmen wir euch mit nach Piraeus. Wir haben angelegt. Das ist der Hafen von Piraeus. Da sind wir angekommen und da ging es auch schon los. Es ist auch nicht so, wie viele vielleicht meinen, dass da irgendwie 700 Leute den gleichen Ausflug buchen. Dem ist nicht so. Die TUI stellt so viele Busse. Ich weiß nicht wie viele, aber es sind mega viele Busse, die da immer stehen. Und es gibt sehr viele Reiseleiter, die dann die Leute dann mit einpacken in die Busse. Und wir hören immer in Gruppen von ungefähr 30 Leuten. Das ist ja auch überschaubar. Und da wir ja ein Kind mit dabei hatten, da hatten wir auch so ein bisschen als Tipp für euch liebe Eltern, hatten wir so ein bisschen auch einen kleinen Bonus. Wir durften immer vorne sitzen im Bus und hatten immer das Glück, dass wir auch meistens eine ganz große Panoramascheibe hatten und konnten so wunderbar Fotos schießen. Richtig, genau. Und hier seht ihr die Linda vor dem altehrwürdigen Olympiastadion. Und sie als Olympiolikin musste sich natürlich dort einmal im Kinderwagen weit schieben, über 1500 Meter einmal ablichten lassen. Also denkwürdige Städte. Und es war dort richtig heiß. Es war so warm dort. Echt der absolute Oberhammer. Herr Lars aus Griechenland. Hallo aus Piraeus. Und wir haben heute Morgen angerichtet hier in Piraeus. Wir sind jetzt gerade unterwegs mit dem TUI-Bus und unsere erste Station ist jetzt gerade hier an dem Stadion, wo die ersten Olympischen Spiele 1896 stattgefunden haben. Und damals waren die Olympischen Spiele nur fünf Tage lang. Ja. Und ein Grieche hat sogar eine Medaille gewonnen damals, weil kein Grieche in gar keiner Disziplin gewonnen hat. Aber ein einziger hat gewonnen. Und in welcher Disziplin war es natürlich? Es war der Marathon. Jawoll. Und heute gilt sogar noch dieses Stadion als Einlaufziel beim großen Marathon, der jedes Jahr hier stattfindet im November. So jetzt ist es richtig, richtig heiß. Der kleine Mann schläft. Und wir werden jetzt gleich hier ein paar Bilder machen. Und dann geht es gleich direkt weiter Richtung Akropolis. Wir haben sie gerade schon durch ein paar Eukalyptusbäumen hindurch gespingst. Und dann gleich geht es da hin. Und dann bin ich schon sehr gespannt, wie das heute aussieht. Es muss nämlich ein richtig großer Hügel sein mit ganz vielen tollen Säulen und alten Tempelanlagen. Jo. So, da seht ihr den kleinen Mann im Bus. Er hat da seinen eigenen Sitzplatz. Sehr bequem. Und da sind wir ein bisschen durch Athen gefahren. Das kann ich auf jeden Fall allen Eltern wärmstens ans Herz legen. Panoramafahrten klingen jetzt irgendwie total granny-mäßig und langweilig. Sind sie aber überhaupt nicht. Denn man macht genügend Stops. Man hat auch genug Freizeit, dass man auch vor Ort rumlaufen kann. Und wer möchte und irgendwo länger bleiben möchte, verabschwürzt sich beim Reiseleiter und sagt, wir fahren alleine mit dem Taxi zu. Das geht auch. Das haben wir auch schon mal gemacht. Ich weiß nicht, wo wir das gemacht haben. Aber in irgendeiner Stadt haben wir das auch immer so gemacht. Ich glaube, mit Bordeaux war das so. Und das ist für uns als Eltern, das verstehen wir auch unter Urlaub, dass wir uns einfach um nichts kümmern müssen. Das war für uns eigentlich vordergründlich wichtig. Und die Reiseleiter, die sind wirklich alle echt top. Auch geschult. Auch der jetzt in Athen, der war richtig gut. Wie hieß er? Georgios hieß er. Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall der Ex-Bord ist. Ich glaube, er hieß Georgios und er hat sich natürlich auch so ein Stück weit so ein bisschen amüsiert und hat so Besonderheiten der Griechen, der griechischen Kultur auch sehr amüsant rübergebracht. Dann auch immer so ein bisschen den Vergleich auch zu den Deutschen gezogen und so. Also er hat das echt richtig gut gemacht. Das ist die Plaka. Das ist die Plaka. Das ist, glaube ich, der Bereich um die Akropolis herum. Genau. Da sind dann halt so Cafés und so was und schöne Olivenhaine, wo man sich dann irgendwie hinsetzen kann in den Schatten von den Olivenbäumen und so. Das war... Und das war nicht touristisch. Da saß eben auch die ganzen Griechen selber und haben ihren Frappé getrunken. Frappé, genau. Das war's. Genau. So ihr Lieben, weiter geht's. Wir nehmen nun Kurs auf die Akropolis. Nun befinden wir uns am Fuße der Akropolis hier in Athen. Jetzt sind wir wieder zurück an Bord und genießen jetzt die Ausfahrt und nehmen euch jetzt noch ein Stückchen mit in den Abend. So ihr Süßen, heute legen wir ab aus Piraeus. Gleich läuft hier die Auslaufmusik. Ja, Piraeus, Athen hat uns sehr gut gefallen. Piraeus ist ja der größte Kreuzfahrthafen Europas mit über 22 Millionen Kreuzfahrern, die hier jährlich auftauchen und hier aufkreuzen. Piraeus selber oder beziehungsweise Athen hat selber nur 11 Millionen Einwohner und das muss man sich mal vorstellen. Also die doppelte Anzahl an Menschen kommt hierher und lässt natürlich auch hier Geld hier, was auch ganz wichtig ist gerade in Griechenland. Ja, aber für uns Kreuzfahrer ist das nicht von Belange, denn man ist ja hier an Bord komplett voll versorgt. Das heißt, man muss noch nicht mal irgendwo draußen sich was zu trinken holen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Auch mit Kindern, also es ist alles total super easy. Für mich ist das als Mutter sehr entspannt, gerade weil ich auch oft so pingelig bin, was so Bakterien und so was angeht und immer Angst habe, dass irgendwas an den Kleinen kommt. Ja, aber du hast hier wirklich an jeder Ecke an Bord, egal wo du hingehst, ob du ein Restaurant verlässt oder ob du ein Deck wechselst, egal ob du irgendwo Türen passierst. Es sind überall diese Desinfektionsspender. Man hält kurz die Hände drunter und schon ist man wieder desinfiziert. Auch die Besatzung an Bord und auch die komplette Crew ist super zuvorkommen. Und wir hatten ursprünglich einen Ausflug gebucht, der hieß Akropolis, wie sie früher einmal war. Und dort hätten wir die Akropolis auch von innen besichtigt, wären komplett auf die Akropolis raufgegangen. Das wären aber 280 Stufen gewesen. Und da es heute angekündigt war mit über 40 Grad, haben wir uns doch gestern ganz spontan dazu umentschieden, diesen Ausflug doch zu stornieren. Und dann haben wir einfach eine ganz klassische und ganz normale Panoramafahrt gebucht. Die hieß irgendwie Inselimpression oder irgendwie sowas und Plaka. Plaka ist ja die sogenannte Altstadt. Ja, das haben wir gemacht. Wir sind auch an der Akropolis gewesen. Unten haben dann von da aus Fotos gemacht. Im Touribus wurde uns alles erklärt. Das war echt super. Also die Leute sind teilweise noch raus und haben noch den Tourguider nochmal persönlich bedankt. Und das haben wir auch gemacht. Also der hat das echt so toll gemacht. Der hat wirklich die ganze Zeit erzählt. Wir haben so viel mitbekommen. Wir sind in verschiedenen Stationen gewesen und haben auch echt nichts verpasst. Und da sind wir auch echt froh drum, dass wir diesen Ausflug nochmal dividiert haben und haben einen anderen gemacht. Weil mit Noah da die Treppen hoch, das ging überhaupt nicht. Denn man muss ja auch die Kinderwagen unten stehen lassen und das Kind dann praktisch hochsteppen. Ja mein Baby, Mama kommt. Okay, der kleine Mann ruft mich. Ich sage mal tschüss und dann sehen wir uns morgen wieder aufs Mykonos. Ja ihr Lieben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann nicht vergessen. Schenkt uns ein Däumchen nach oben. Aboniert den Kanal. Ist natürlich wie immer kostenlos. Und dann geht es natürlich jetzt weiter in den nächsten Hafen. Und ja, jetzt kommen die paar Bilder beim Auslaufen aus dem Hafen von Pirios. Und unsere nächste Station ist... Mykonos. Mykonos. Und da wird es nämlich ganz besonders, weil wir haben nämlich zwischen Pirios und Mykonos unsere neun Freunde kennengelernt. Jens und Birgit. Und daraus ist wirklich eine Freundschaft entscheidend. Man meint es nicht, dass so etwas irgendwie möglich ist. Aber wir haben tatsächlich an Bord, danke Tui, neue Freunde getroffen. Und das ist wirklich eine echte Freundschaft geworden, worüber wir natürlich sehr dankbar sind. Und das ist eigentlich so unser Highlight der Weise. Und dank dem BVB natürlich auch. Hahahaha. 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 Hahahaha.